Und der andere macht... Das macht gar keinen Sinn. Was glaubst du passiert? Was hat das Internet mit uns getan, dass wir sowas sehen und sowas denken? So schräg, weil du dann besser zielen kannst. Was wir jetzt nicht machen dürfen, ist natürlich lachen. Das ist natürlich klar. Tschüss. Look at me. Was? Der Blick. Super entspannt. Alter. Ich kann den Zipper nicht holen. Es ist hier drin. Du denkst, es wird da sein? Ist das es? Richtig. Er würde das Mikrofon desinfizieren. Alle haben ihn überrascht. Ach so. Geil. Also er hat das Mikrofon desinfiziert und jeder hat immer geklatscht, wenn er gekommen ist. Oh Gott. Ah, diesen. Diesen Spiel. Okay, okay. Boah, sieht aber aus wie ein richtig reudiges... So ein Scheiß, Alter. Was für eine Verarsche. Die Süßigkeiten sehen eh schon so reudig aus, weißt du. Ja, die Süßigkeiten, die da drin waren... Die willst du gar nicht. Das sind so Süßigkeiten, die du kriegst, wenn du so St. Martin singen gehst oder so. Da kriegst du immer so ein paar gute, aber auch so ein paar von denen und die sind auch drei Wochen später liegen die so rum, weil du keinen Bock drauf hattest. Als wäre es nicht auffällig so, weißt du. So, diese französische Show hat Menschen mit ungewöhnlichen Lachen eingeladen. Okay. Was ist denn? Was ist denn da, Alter? Was ist denn da, Alter? Das ist geil, Alter. Das ist ja die geilste Idee als Sendung ever. Du musst nix machen. Einfach eine halbe Stunde das und es ist geil so. Krass, Alter. Vorhin der eine immer... Und der andere immer... Das war sehr süß. Auch ein Affen so umarmen. Ja, das ist auch super sprich. Hey, warum hat der das gemacht? Weil es Glück bringt oder was? Oh, zack, zack, zack! Hey! Ich habe gerade Fischölpillen gekauft und es ist Zeit für einen Tastetest. Was ist das? Was ist das? Alter! Du hast keinen so f***ing unerwartet. Ich dachte, okay, das ist sehr dumm. Dann dachte ich, warum fällt der um? Und dann kam ein Fisch. Nimmst du so... Nimmst du Vitamin D Supplements und so? Das ist auch voll wichtig. Ich habe neulich erst gereilt, wie wichtig das ist. Ja. Ich bin so zum Arzt und habe meinen Bluttesten lassen. Mhm. Und die Ergebnisse waren echt kacke. Ja. Und er dann so, ja Digga, jeder hat so einen scheiß Mangel, nimm doch Scheiß. Ja, in Deutschland haben wir ganz viele Vitamin D Mangel auch, ne? Voll. Das ist auch voll krass so. Wenn du das nicht nimmst, dann bist du auch manchmal total motivationslos. Weiß nicht warum. Manchmal fühlt es sich auch traurig auch. Voll krass. Und dann nimmst du diese fehlenden Mineralien und so was. Stoffe, Vitamine und so. Und plötzlich viel mehr Energie. Auf einmal viel mehr Energie. Ich habe in letzter Zeit so viel mehr Energie. So. Soll ich dir was erzählen? Ich merke, dass ich mehr Libido habe in letzter Zeit. Wenn ich, klingt jetzt wack wahrscheinlich, aber wenn ich Sport mache, merke ich teilweise, dass ich kriege dann keinen harten. Was Bruder? Aber mein Schwanz wird schon mehr durchblutet. Beim Sport meinst du? Beim Sport. Beim Sport merke ich schon, dass irgendwas ausgeschüttet wird, dass irgendwie da mehr passiert. Dass da nicht wirklich hart, aber so größer. Weißt du was ich meine? So nicht hart, sondern größer. Okay. Oder du findest einfach Jazz geil. Ich weiß nicht so. Und hoch. Eins. Time for Teletubbies. Das ist auf jeden Fall weird. Ey, sorry Jazz, ne? Oh, passt nicht schlecht. Hey, das passt schon relativ gut. Passt richtig gut, krass. Hä, das passt alles voll gut. Ja, ja. Ist echt gut. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hat das Internet mit uns getan, dass wir sowas sehen und sowas denken? Ja, weil sie dachte das ja auch. Ja, aber du auch. Du hast es vorher schon gedacht. Ja, das stimmt. Ja, guck, du hast es vorher schon gedacht. Du hast es gesehen und hast gedacht. Ja. Geil. Wie Hunde auch beim Tindern helfen können. Guck mal, Hunde helfen nicht nur dabei beim Tindern, weil wenn du mit dem Hund hast, kommt es immer gut. Oder wenn du durch den Park läufst und mit dem Hund ist, kommt es immer gut. Sein Hunde helfen auch so beim Tindern. Hunde sind der beste Wingman. Oh, weißt du was das Ding ist? Ich geh ja manchmal auch mit dem Hund Gassi. Manchmal muss ich auf den Hund aufpassen, so muss es mit dem Gassi gehen. Ich spreche nie irgendeine Frau an. Ich habe kein Game, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin. Ja. Aber ich habe auch kein Game sonst. Aber hast du nicht auch Maske an? Nee, wenn ich so rumlaufe draußen nicht, dann nicht. Okay, krass, was ist das hier denn? Ich bin das hier. Ah, what the fuck. So eine Zwille. Hey, wofür hast du die? Hey, ist doch wichtig mal eine Zwille zu haben. Ist geil, das Teil. Boah, kannst du bei der Nachbarn so gucken nicht. Ja genau, dafür ist es da. Also eine Zwille zu haben ist doch bestimmt nicht verkehrt, denke ich. Die schießt man ja nicht so, sondern die schießt du so. Ja. Also so schräg, weil du dann besser zielen kannst. Ja, dann mach mal. Nee, ich schieß jetzt nichts. Dann schieß ich uns ein Auge aus. Oh, fuck, fuck, fuck. Das macht gar keinen Sinn. Okay. Der kommt nicht weit. Boah, doch. Boah, Digga! Hey, der hat voll die Technik. Der hat drei verschiedene Techniken gehabt. Zuerst so eine wilde Technik, dann so eine ... Ja. Die Tipp, die Tipp. Und jetzt die Technik. Geil, Alter. Okay, I'm sorry, but what the f*** is this? Ha, baaar, Digga! Einfach das Coronavirus. Wie sie sich auch abfass... I'm sorry! What would you say in those circumstances? Oh, I think you've got her. Fuck, I'm on... Fuck off! I'm on live telly! Fuck off the hell of it! Get out of my office! I want to... Fuck in hell! Fuck off your little twat! What the f***? Sorry. Hä? Hä? Das ist passiert? Hä? Als ob? Als ob der das so macht? Oh, BBC einfach. Sorry. Einfach sorry! Hä? Das muss gestaged sein, das kann ich nicht sein. Weiß ich nicht, ich kann mir das schon vorstellen. Doch, die Briten sind so. Alle. Ja? Doch, alle. Immer. Das ist weird. Hat das noch was mit Militär zu tun? Oder ist das so... Das weiß ich nicht. Da bin ich... Weird, Digga. Schuhkiff, Alter. All my profession, Lisi! You are so good! Und das sind schöne Leute. Ha? Oh my God! Das hat aber Whisky gebaut da. No! Nein! 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 Oh mein Gott! Nein! NIEMAS! NIEMAS! Das hat das so viel krasser gemacht, wie sie noch davor wegläuft. Boah! Boah! Und dann! What a fucking shame! Einfach in Hochkant so billig im Handy gefilmt. Das stimmt. Jetzt hättest du komplett auf einer Rat drehen müssen. Ja, ist echt so. Au! Ey, was geht denn wieder auf diesem Planeten ab, Alter? Ey, Kühe sind auch so damn groß, ne? Ja. Come on, get out of here! Sie ist einfach von selbst da reingegangen. So groß! Was ist das? Was passiert da? Ich check gar nichts. Alles sieht so dumm aus gerade. Was machen die? Hä? Ey, was? Ey, das ist so dumm. Es ist so belastend gerade. Was soll denn das? Es ist so richtig weh, das zu sehen. Und dann auch noch so vorgeschwult. Ey, das ist zu viel. Alles ist so dumm. Was soll denn das? Du springst jetzt gegen Lampe. Ja, Lampe. Ja, Lampe. Reasons why women live longer than men. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie lange der sich da gehalten hat. Schlecht, nicht schlecht. Junge, Junge, Junge. Das endet nicht gut. Meinen Sie, was glaubst du passiert? Fällt sie hin? Läuft sie wogegen? Schlägt sie, tritt sie irgendwo gegen? Oder schmeißt sie das Teil irgendwo rein? Boah, vieles kann passieren, ne? Ich glaub, die macht irgendwas, irgendwas mit diesem Typen. Oder will den irgendwie so küssen oder sowas. Irgendwas, was man nicht denkt jetzt. What are you doing? Leia! Oh mein Gott. Ja, auch Kinder sind neugierig. Was los? Gehst du regelmäßig zur Massage? Nicht. Warum gehst du nicht regelmäßig zur Massage? Du machst Speed Sport. Jazz massiert mich immer. Nein, ich weiß es richtig. Ich mach ein Stündchen. Anderthalb. Boah, ja, wär mal ganz gut. Aber ich hab jetzt eigentlich... Weiß ich nicht, keine Ahnung. Musst du mal machen. Warum gehst du nicht auch mal... Weiß nicht, dich ein bisschen gesünder ernähren? Dass du eine kaputte Haut hast. Was hast du mit meiner Haut? Weiß ich nicht, ich sag irgendwas. Hab ich ungesunde Haut? Von der hochnedigen Zicke lass ich mir überhaupt nicht reinreden. Ich hab meinen Standard. Nee, ich hab doch keine ungesunde Haut. Nee, hast du auch nicht. Ja, guck. Ist ja nämlich gar nicht so schein. Direkt komplex über Kuchen. Ich hab nicht painful. Du hast mich nah an. Ja, ich hab keine Ehrengeist. Ich hab doch nicht gesündERkt Mon Untertitelung des ZDF, 2020